Von FRAG Willst du ein anderes Messer? Lies mal Laut Schmeißt? Ok Kekse Mit Zucker und Anis Ahja, schön, Vicky, das ist gut Ja, dann, auf die Plätze werden die los Ist das ein Pi? Ja, das ist ein Pi Zero Ja Und ein VGA Modul Was ist das? Achso, das gehört noch dazu, ne? Das ist die Bauernöitung Pixel Wlöd Oder so Ja, scheinbar kannst du dann Nachrichten hinschicken und dann wird das irgendwie ausgegeben Aha, ok Ok Die Make, cool Dezember, Januar Cool, sogar aktuell Sehr schön Küba Ja Das Luftpolizei Hier Riech Einmalig Ganz geoffen Aus der englischen Ja Ja Ich kaufe Da Ah, verlobt Korrespondent Schreie Ah, ja Riech Was, wie, nichts? Das ist gut Ist rausgefallen? ich glaube das ist von unseren flaschen ist das noch übrig das haben wir von unseren flaschen als verpackungsmaterial genommen aber da ist jetzt was drin oder ist auch von unseren flaschen was ist es denn na dings ist es na dings der fokus der fokus fehlt aber ach das bänder nach das minion jetzt sehe ich das natürliche kamera rauchmelder 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 ist total wir haben noch einen die hat 60 fps ja was ist es stehe was im deckel keine ahnung hat noch eine batterie hier machen wir einen flex scout was auch immer das bedeutet matthias irgendwelche sensoren hier steckt doch mal batterien rein gucken was passiert wo haben wir die batterie ich glaube da aber ich bin mir nicht sicher in der schub werden ja ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ok wir haben die selber gemacht da gibt es bestimmt irgendwo eine anleitung für was ist da drin ach der ic ja 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 mann ist gespannt ja ach so da da steht auch batterien drauf ich Idiot danke ihr Idiot Bewegungsmelder ja 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 da ist doch Batterien ich Batterien halte lesen Batterien ich weiß nicht ob die Nummer hier noch irgendwas zu sagen hat geht das auf sieht so fast aus sieht so nach doppelt aus ne da hier geht es irgendwie ah sieht so ähnlich aus wie das erfreuen ne ja hier gib doch mal Matthias der hat gerade die Batterien in der Hand nichts zu machen nichts zu machen hier kannst auch gleich nochmal gucken was das macht aufkleben ja so Murloc es macht Alarm und Audio und ebenso Murloc kann man schon ins Paket filmen noch einen dicken IC du hast ja auch Klingel du hast ja auch Klingel hier lädt jetzt Alarme aber ich will noch mal ähm ähm guck mal Thomas das ist grüne nimm mal die grünen Plantin draußen weil die passt perfekt glaub ich dazu Guck mal, da ist das... Das ist das Bringout-Board zu. Ich finde hierfür keine Batterien. Das kommt da rein. Ne, den weiß ich nicht. Hm. Guck mal gut. Cyber! Und Bittler. Ist das eine Bittler? Bestimmt. Nochmal Cyber. So viel Cyber, da kann gar nichts schief gehen. Ist das USB? Das ist vielleicht aus dem Projekt da, ne? Pi to VGA. Das ist ja krass. Das wird aus dem Projekt sein. Ja, aus dem... das, was da beschrieben wurde. Da oben ist es, genau. Das ist es. Ja. Das ist ja cool. Und das sind dann die Widerstände dazu. Und andere Bauteile. Und da ist sogar vor die A-Buchse. Krass. Cool. Eine schöne Party, ne? Ja. Das ist eine gute Party, ja. Die haben wir alles gemacht. Guck mal, so jetzt eine kleine Rasierklinge hier. Und sogar noch Alkoholpätzchen, bisschen Pizzi, bevor man ansieht. Kann man das essen? Bestimmt. Typische Sucker Latte. Das ist bestimmt typische Sucker Latte. Oh, ein Brief vom Flaggen. Den nehmen wir auch, oder? Ja, machen wir auch jetzt. Open Hardware. Okay. LCD. Was ist Duino? Beter Duino. Äh, Arduino. Da. Beter Arduino. Würde ich wetten. Also würde ich sagen. Auch schön. Ja. Mach hier auf. Ja. Warte, 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 warte. Was ist denn das? Elektro. Okay. Okay. Was ist denn das? Hm? Ja. Ooooooh, schick. Kannst du mal ein bisschen ziehen, oder? Ja. Ein bisschen. Ja, ja. Jetzt bin ich, äh, ich hab die Oli oder nicht. Den so. Den so. Okay. Wenn ich mich mit dem Video gehen, irgendwie, äh, live fahren. Nein, ich will immer noch den. Oh. Das ist ja. Oh. Warte mal. Hacky Holidays. Warte mal. Ja, die Sonne blendet so. Hacky Holidays. Sehr cool. Warte, ich soll pullen. Pullen? Pullen fast? Was? Hast Du es kaputt gemacht? Stimmt. Aber Rückseite steht was. Oh, es leuchtet. Oh. Oh. Wie geil. Ach, guck mal hier. Schick. Das ist übrigens blau. Die Kamera nimmt das übrigens in lila auf. Aber ja. Schick. Ja. Vielen Dank. Das ist ein Kissen. Das ist ja cool. Ein Bittler Kissen. Das ist ein B, weißt du? Hier. Ja. Na gleich auf die Couch schmeißen. Und kuscheln. Ne, da sind wir noch hier. Dann kann man nachher ein Foto machen. Jawohl. Entschuldige. Ja. Ja. Könnte ich das irgendwo hier? Okay. Aber mit Codierung. Sehr cool. Da kann man schön mit üben. Ah, Nominion. Ist der auch gedruckt? Ne, der sieht... Ne, der sieht... Aber vielleicht haben sie den ja von der Kopie gemacht, genau. Ja. Nochmal. Sauber. Warte mal. Das ist doch ein Kaka auf, oder was? Ne, das ist eine Ente. Das sieht man in der Kamera schlecht. Jetzt sieht man es besser. Das ist so eine Badeende soll das sein. Cool. Und dann Saturn? Ja. Das ist doch ein Kaka. Ja, das sah in der Kamera so komisch aus. Was heißt das? Popelt? Ich weiß nicht. Dann müssen wir Google Translate anschmeißen. Es gibt doch so eine App, die das direkt... Google Translate. Google Translate. Google Translate. Live. Google Translate. Google Translate. Penis, Penis, Penis. Google Translate. Google Translate. Google Translate. Mal sehen wie als der Kante aus, der Sticker. Ja, das sieht weiterhin so aus, der Sticker. Ich habe sonst begle zichia... hahaha so eine mapping machine, ok, witzig gewalt mir war so als wäre irgendwas da, tatsächlich so ist rausgefallen so wie hier denn steht was drauf? nö, doch hier steht irgendwas H2 VGA 1 ach so, das ist dann auch ein so ein Modul 2 ja vielen Dank und einmal bitte Applaus 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 2 2 2 3 4 5 6 5 5 5 6 8